Herzlich Willkommen Leute zur ersten aufgenommenen Runde Fortnite Battle Royale Season 5 mit Gabuzi, Kun und Alex. Guten Tag, hallo. Sonst waren wir ja noch im Stream gewesen, aber jetzt geht's los. Das ist ein Hotel auch? Links ist das Hotel. Okay, Dalo, nicht ins Hotel, da sind so viele. Ja, ich bin aber auf einer Waffe gelandet. Ja, du bist auch schon beschossen von irgendjemandem. Okay, dann lande ich in der Villa hinten. Oh Gottes Willen. Okay, ich will mal ne Pumpkan, das ist gut. Oh, okay. Um Gottes Willen, wie schaut's mal aus? Alter, bei mir sind 40, ich sag 50 Leute. Bei dir sind wirklich alle gelandet. Ich würd sagen 60. Brauchst Hilfe? Okay, ich hab aber einen. Okay, dann komm ich. Bei mir ist noch alles Gucci Gang. Alter, die vergass meine Hütte, wenn ich das so sagen darf. Mein Haus ist offen. Leute, Alter, das ist das größte Massaker, was ich je gesehen hab. Okay, ich werd von hinten beschossen. Aua. 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 Ab zwei. Kunden dran, Vorsicht bitte. Ja, da drüben ist einer. Ja, 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 ich weiß. Ich kann nicht hochfahren, hinten runter oder? Ich versuche sofort mitzudehnen. Okay. Okay, er hat ihn. Kaputt hat ihn, glaube ich. Okay. Komm her, ich hab noch einen Schäfer für dich zwei. Alles gut. Ja, bei mir im Haus wird aber auch hart gesprengt. Ich hör noch was. Die haben sich alle abgeschossen. Ich hör bei mir noch was. Am Haus. Ja, hier baut er sich ein. Das ist der, den ich genaded habe. Ist low. Ja, der war down. Also, da war einer down. Ich nehm jetzt nur noch die Auto-Shotty. Achso, wolltest du die haben? Echt jetzt? Ja. Ne, ich hab eine. Ich wechsle auf Auto-Shotty. Nehm nicht mehr die Single-Target. Nein. Echt jetzt? Shotgun wird wieder genervt. Ja, ja. Achso, stimmt. Single only. Okay. Also, da war also die Action. Das war doch nice. Aber, war ein Auftakt. Gwinnen müssen wir jetzt auch mal. Vielleicht in der Hunting-Riffel? Ja, gerne. So, außer dass er irgendeine andere will sind. Legt hier im Truck. Nein. Ich hab's gesehen. Leute, kommen wir zum Pool. Ja, beim Motel war das auch schon. Echt? Ich wusste ich nicht. Ich hätte gerne was an der Schilden da. Ich hab nix mehr. Party, Kapuze. Ja, da. Arschbombe, boi. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ihr dürft nicht mit den Klamotten ins... Warte mit Schuhen. Alles schmutzig gemacht. Kunrad, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Komm mal her bitte Kunrad, zu mir. Das wird dir gefallen. Bist du bei mir? Du musst mich sehen, sonst bringt das nichts. Okay, jetzt pass auf. Siehst du den Laden, den Big Shots? Ich zeig dir jetzt mal Big Shots, pass auf. Und du siehst, wo der Ball liegt. Lol, nice. Kann ich den auch puddeln? Du musst dann dahin gehen und wieder neu schlagen. Also er schlägt nicht den alten Ball, er spawnt einen neuen. Ah ja, okay. Voll mit der Axt, wie geil ist das eigentlich? Ja, wenn du gerade zielst, dann puddelt er auch. Also dann macht er langsam. Okay, nice. Ja, da ist der Ball wieder. Denk ich mal, ne? Ja, lass uns hier noch eben zu Ende looten. Der Kaktus! Das Ding ist, hier geht's halt echt viel und ich glaube, dadurch, dass alle beim Dallu waren, ist die Stadt eigentlich noch relativ freshy fresh. In meinem Haus, das war ja so ein Mehrfamilienhaus, in jeder Etage ist einer gelandet. Also so war's wirklich, an Etagen. Die nehme ich, die nehme ich. Wer hat geschossen? Nein, guck ich. Ich bin halt auch an die Edge gerade. Hier ist ein Schilddrang bei mir. Ich finde das neue Update mega stark. Also vor allem, weil ich das neue Gebiet mag. Ich finde die Wüste sehr erfrischend. Naja, das passt nicht zur Wüste, das war. Nein, ich finde, äh, ich muss das die, das die ist schön. Komm bitte, Tommy. Bei mir liegt noch ne grüne Tommy, wenn dir das reicht. Reicht du ne grüne Tommy-Gun? Den oben habe ich den Schilddrang. Oh, schau mal, was der Bub gefunden hat. Das ist ne blaue Tommy-Gun. Jaaaa. Unten ist auch noch ein Schilddrang drin. Ich bin voll, ich kann ihn mitnehmen. Ja, genau. Wo ist die Tommy? Ähm, bei mir, äh, hinter dem Busch jetzt links. Gehen wir da rüber? Oder guck mal links rum? Hinter dir? Hier ist einer. Okay, da sind noch zwei. Ja, okay. Für uns, komm her. Komm dran. Was denn? Was hast du denn? Oh, oh, neustange. Ah ja, der Wagen. Das ist irgendwie... Der Wagen, äh, genau. Du kannst driften und das hat drei unterschiedliche Stufen. Also, hüpfen. Ja, hüpfen. Ja, hüpfen. Du, ja. So, geh mal. Du wolltest da weinen. Geh mal, warte. Wo ist der denn? Wir müssen auf Können warten. Die müssen auf Können warten. Wuuuuh. Wundern, steig ein. Hupen kann man ja nicht, gell? Ne, leider nicht. Ne, warte, nicht in das Portal fahren, das kennt Können auch noch nicht. Ne, das Portal kennt ja auch noch nicht. Was war das eigentlich für ein Sound? Ich hab grad einen richtig fiesen Explosionsfall. Ja, das ist das, das ist das Portal. Achso, wer ist denn gesprungen? Einer von den Gegner wahrscheinlich dann. Das ist aber dann vor uns, Westen. Das Portal ist nämlich noch da. Oh, wo seid ihr? Wir kommen noch grad. Wo bist du? Ach, da. Du bist halt echt schon weit vorne. Ich guck mir gleich nur, lass mal, äh, wir bleiben ja hier, wir nehmen ja die Autos mit, aber lass mal reingehen und von oben gucken, wo die Gegner sind. Die Frage ist halt, ob die Portal nicht reinfallen. Nicht reinfallen. Warte, ich hab's noch. Oh shit. Ich bin drin. Ich mach direkt den Schirm an, um zu gucken, ob ich wen sehe. Okay. Lass sie nicht haben. Das war knapp. Das war knapp. Ich sehe nichts. Ich weiß, ob die Portal der Fatale vielleicht auch so zu gehen. Ne, ne, ich glaub, wenn einer die berührt, dann impudieren die. Wollen wir zur Brücke gehen? Man kann so geil nach unten fliegen. Das gibt so viel mehr Speed. Ja, ich nehme mal das Auto mit. Ja, wir nehmen die Autos mit, oder? Ja. Wollen wir zwei Autos oder eines? Zwei, Alter. Obwohl, mit einem können zwei schießen, ne? Richtig. Das meine ich. Du kannst von hinten ballern. Ich baue mal die Brücke fertig, ne? Warte, Dalu, ich hab noch Ziel 4. Wollen wir? Ja, mach schon mal dran. Also, ich kann ja nicht schaden. Okay. Mehr. Zwei reichliche. Mehr. Mach voll. Aber ein bisschen links. Mach schön. Ist ja egal. So geht schon, geht schon. So. Man kann nämlich beim Fahren absteigen, Kunal. Wir können das Auto in die Gegner reinrollen lassen. Okay. Es gibt keinen Aussteig-Schaden. Richtig. Hast du eine Rampe für mich? Alex, da gibt's noch ein Schild. Einsteigen. Stopp, 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 stopp. Da war noch ein Schild drin, ein großer. Ja, wir sind aber voll. Neul. Ja, ich hab gebremst. Wir haben nix zum heilen sonst. Ja, wenn ich den dann mitnehmen kann, ich hab keinen Platz. Dann nehme ich ihn mit, so. Der ist auch noch ein großer. Kannst du noch einen mitnehmen, hier oben? Ja, mach ich. Warte. Und dann drifte ich rein. Hier oben drin. Ihr müsst einsteigen, wenn ich angedriftet komme. Oder ihr steigt jetzt rein. Ah, da hinten ist da. Alex, komm, hol dich. Ich drifte. Leute, ich komm angedriftet. Wo ist er? Oben drin. Kapuze, schneller. Ja. Nein, es kommt dich. Aber ich ist der Gegner. Wir können einsteigen und zum Gegner fahren. Kommst du mit? Wo? Über die Brücke? Ne. Ja. Ich komm. Da, 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 da. Ah, ne, ist die Feilstrafe. Mach dich bereit mit C4. Hier. Okay, bin da. Da oben. Die Rampe hoch. Die haben uns gesehen. Oh, die haben uns gesehen. Das sieht so geil aus mit C4 hinten drauf. Alex freut sich, dass er hilft. Ja. Also wir sollten uns vielleicht nicht mit denen fucken da. Oh Gott. Ich bin gesprung. C4 D3. C4 D3. C4 D3. Ich hab Angst, dass ihr das C4 trefft. Ja, ich auch. Geht das überhaupt? Ich glaube ja. Du kannst auf C4 stehen, dann sind wir alle tot. Aber Adalo, die Zone ist rechts. Ich sag nur. Mit S kannst du's mal erkundern übrigens. Oder mit W. Wir sind ja ziemlich schnell, ich fahr hier. Achso, das war dann, dann springt man hier. Ja, irgendwas macht es, also es muss ja irgendwas machen. Ne, wenn du irgendwo ne Rampe fährst und dann springen wir, dann springen wir glaube ich höher. Jetzt? Ne, warte. Jetzt kommen wir hier runter, oder? Okay. So, und jetzt. Oh! Okay. Ja, gut. Das Ding ist halt echt laut. Ja, und cool. Ja. Das ist das, ich finde das ist das geilste Spiel jetzt. Das Ding ist so schwer. Wie geil das aussieht. Überall so verwucherte, also wie Jurassic Park. Wir fahren auch hier schön mit unserem Safari-Fahrzeug durch. Richtig, ja. Ja, ist schon lustig. Ja, ist schon echt. Da sieht man aber schön, was die Season alles neu hat in dem Part. Ja. Wir haben so ne Rundtour gerade. Genau. So, jetzt müssen wir einmal, jetzt noch so schön mit so nem C4-Bomber rein. Das wär C, das ist sehr essig, ja. Das C4-Auto. Ich hab, ich glaub das macht nix. Kaputzt du kannst du auch B und A, ähm, S-Kruten? Ja, ich hüpfe dann so. Müssen wir jetzt vielleicht alle drei machen? Ah! So, komm, jetzt irgendwo einer der rumläuft. Merkab! Ja, genau, dass du das, dass man halt aussteigen kann, damit's auf ihn zurollt. Ähm, beim nächsten Mal Beschuss steigen wir alle aber aus, ja? Weil du kannst halt echt nicht verteidigen. Du kriegst gut damage. Ja. Hinter uns! Aussteigen! Der Mafiosi ist da! Der ist rüber gesprungen. Nate! Down the Nate! Oh shit! Wo ist er? Genau bei mir! Genau bei mir! Du bist oben noch? Ja! Ist runter oder hoch gerannt? Ne, ich seh ihn da! B4 Bombs! Ok! Was war das? Genau vor mir! Habe ihn einmal gegeben? Runter gefallen! Down! It's down, ja! Einer ist unten! Steps über mir! Ich hör Steps! Ok! Fehlt immer noch einer! Ne, der ist jetzt runterkippt! Moment! Ich hab einen gefinished! Alles gut! Ey! Okay! Oh, kann ich den Impulskanal? Ach, der wird seinen gefinished! Einer fehlt, ne? Ich hab keine! Ich hab keine! Da waren welche, deswegen! Achso! Das fehlt noch einer! Ich hab da Air Money! Fuck! Ich brauch auch Air Money! Äh, 180! Äh, Gegner am besten! Hier hinten! Ich baue wieder hoch! Ich geb... Wir looten gleich! Oder ich geb euch gleich mal! Alter! Die sind mir so krass, ey! Okay! Äh, unten lagen noch Mini-Schilde! Nates! Südosten! Ich hab einen großen! Ich trinke einen großen! Südosten! Soll ich das T4 jetzt einfach droppen? Nein! Ich fahr noch! Warte! Dann lass mich wenigstens das Auto hinfahren! Wo sind die Gegner? Ja! Südosten! 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 Ich hab das Auto losgerollt! Aber nicht... Nicht machen! Das ist Arschloch! Ey! Kapuze! Hey! Liegs von euch! Ich sag dir Bescheid! Wenn er... Wenn er in dem Auto ist! Okay! Ich schieb das Auto mit ner... Scheiße! Ich wollte das Auto mit ner Impulsgranate da hinschicken! 2 haben keinen Schild mehr glaube ich! Der ist so! Der ist so! Einer down! Der ist so! Der ist so! Okay! Ich hab was Schildtränke kleiner! Ja! Schildtränke! Also wenn noch welche überbleiben! Nämlich auch ich hab Muni für euch alle! Ich hab Muni! Muni hab ich genug! Alex wieviel gerne? Drei! Liegen da! Dann ich brauch nur einen! Nimm du zwei! Pass auf! Weil ich hab nen großen Schildtrank! Ja! Drop einfach einen! Achso! Ne! Ich kann nur einen nehmen! Okay! Wer hat das C4 aufgehoben? Weil das ist nämlich das für's Caddy! Das Caddy haben sie gesprengt! Die haben drauf geschossen! Hat jemand von euch AR noch? Äh ja! Ich dropp! Bei mir! 150 bei mir! Liegen hier so am NoDance Schild! Okay! Das haben sie gesprengt! Ich hab... Ich wollte das Kart mit ner Impulsgranate zu denen schmeißen! Aber... Okay! Würde das gehen? Du kannst Autos und also Objekte damit auch rumschubsen! Ja! Es wär ja nicht viel gewesen! Die standen ja relativ nah nebenan! Das wär halt so gut gewesen! Ja! Das wär lustig gewesen! Das war ne fliegende Bombe! Alter! Die Diva-Ulti von Overwatch! Äh! Hier ist die Springbombe! Schmeißte den Ding! Was sagt sie bei dem? Ich hab leider keinen Platz mehr! 2 Leute! Ja! 165 Open Field! Oh nehm ihr nehm ihr nehm ihr! Achtung die bauen! Wir müssen erst zu Alex Leute! Ja ich komm weg! Ich komm weg! Wir sind close bei Alex! Ich schaff es nicht meine Sniper nachzuladen! Sie haben dich! Ja alles klar! Ja moin! Der eine rennt einfach rein! Ja der eine war geil! Ja dann komm! Die sind nach oben gegangen! Ja! Haben die nicht geportelt? Ja! Ich hab's ja! Doch ich hab's auch gehört! Einer ist aus drüben beim Sniper trocken! Einer ist aus drüben beim Sniper trocken! Einer ist aus drüben beim Sniper trocken! Das waren die beiden doch oder? Also das... Ja ja das waren die beiden! Liegt hier noch ne Sniper rechts vielleicht? Ich hab gleich noch Jumper! Es lagen Sniper da rum! Ja ja! Ich hab einen mitgenommen! Hab einen getroffen oben auf dem Berg! Leute ich hätte ein Jump Pad! Da drüben ist ein Sniper! Ja ist ja weh! Okay! Ich hätte ein Jump Pad Jungs! Ja aber so weit kommen wir glaube ich nicht weil die hoch sind oder? Das sind drei Leute! Okay dann noch nicht! Wenn einer down ist aber! Ich hab mich mal ein bisschen zum Airdrop gebaut! Wir sind nicht drinnen! Die glaube ich aber auch nicht! Einer hat wie gesagt nen Sniper Hit abbekommen! Einer down! Ja komm bei mir ist ein Jump Pad! Setzt danach direkt noch eins! Direkt da wenn ihr zu dem Jump Pad kommt! Setze ich direkt noch eins hier bei mir! Könnt direkt weiterspringen! Wir haben uns gesehen! Ja klar! Oh fuck! Einer richtig low! Noch einer low! Boah ne! One down! Ok! Hab ihn hab ihn! Lebt ihr noch? Ja ja! Ich lebe noch! Ich lebe eigentlich noch! Ich baue noch zu! Ja! Wir können gleich weiter! Wir haben ein Portal bei uns! Das wir noch nicht nehmen! Wir haben direkt bei uns ein zweites Jump Pad! Und unten 30 in der Schucht! Ja! Da hat noch jemand ein Schild drin genäht! Ne! Doch! Drei kleine! Moment! Stopp! Weil ich neben dem! Ne! Ich sitz neben dem Portal! Neben diesem Stein! Ah stimmt! Es wird dunkel! Es wird dunkel! Alter ich! Das sieht aus als wenn ich so ne 3D Brille auf hab! Ich geh mal hin! Ich will das mal angucken! Zeig mal! Ja hier ist besser! Moment! Granatwerfer! Weiter glaube ich! Wer stand denn da? Komm dran! Hilf mir! Hilf mir! Oh! Die pushen jetzt! Vorsicht hoch! Ich versuch's! Du musst sagen wenn die kommt! Damit ich... Ja die stehen nach drüben! Ich höre wenn der Wunschung geschossen! Ich höre relativ... Kapuze ist das! Kapuze! Rechts von uns! Push! Ja rechts! Ok nehmen wir das Portal! Leute! Wir müssen weg! Die Zone kommt! Wir müssen jetzt heilen! Ok jetzt! Zone kommt! Rein! Wo ist der letzte von uns? Da! Direkt ziehen! Und dann weg von denen! Wir gehen auf die andere Seite! Wo gehen wir hin? Nach rechts hinten! Oder? Wir sehen uns! Ja du kannst immer wieder... Immer wieder öffnen! Schließen! Ok! Zum Haus! Ja hier der dicke Baum! Und dann bauen! Wir haben die gerade auch schon... Wir waren relativ gleich! Hatten wir jetzt eigentlich einen gekillt? Ich habe eben nicht richtig mitgekommen! Schöner Positions... Nein wir haben ihn nur Daumen geschossen! Einer war Low! Ich habe C4! Das ist der Typ da unten auf der Schräge! Der ist auch immer noch unten! Du hast ihn doch eingebaut Kapuze! Ja Alex! Mach du doch selber ein Ding! Die machen hier Sachen weg! Sorry Alex! Mal weg! Ich bin schon oben! Einer ist ganz oben ne? Wo ist der zweite? Also insgesamt sind es nur drei! Ja einer ist ganz oben! Ja einer ist ganz oben! Ich habe C4! Die müssen gleich zu uns! Ja ich... Ich glaube bei uns ist noch einer oder? Ich suche deswegen habe ich mir so ein Ding gebaut! Naja wir haben... Wir sind besser! Wir sind näher an der Zone! Die müssen auf jeden Fall runter! Der oben ist auf jeden Fall einer! Ich sehe ihn! Bei uns? Ne oben bei ihm! Ja das war der! Ah ja ich sehe ihn! Ziehen die jetzt schon los? Ja! Können wir die Rasse wegfetzen? Einer ist hinten runter gegangen! Ich würde sagen hinter dem Berg rechts! Der fliegt halt immer! Ja der holt sich den AirDrop aus gerade! Na gut AirDrop ist nichts drin was uns wirklich wehtun könnte ne? Da schießt aber noch irgendwas anderes auf mich! Ich weiß nicht von wo! Ach unten! Oh der hat aber Lack gehabt! Alter piekt die mir so blöd nach vor! Ja ja ja! Ey ich habe noch ein Jump-Head! Ein richtiges! Den brauchen wir gerade nicht! Die müssen zu uns kommen jetzt! Ja ja! Soll ich's dropen? Ne ne ne! Ne passt schon! Machen wir's safe jetzt! Einer ist ausgesprungen der Oberer! Wir knallen die Buben jetzt gleich ab! Die teilen sich gerade! Ja! Einer ist schon links unten am Baum! Ja ja ich sehe es! Hat er mich gut gesehen! Da wurde ja zu viel! Der da ist nicht mehr drauf! Ey kommt jetzt zu uns! Die bauen sich zu uns! Die wollen den AirDrop aus! Habt ihr einen getroffen? Der baut sich jetzt den AirDrop aus! Ist das bescheuert dieses Beaken ey! Ja! Wurde gut getroffen durch das Beaken! Ja wurde gut getroffen durch das Beaken! Das ist doch so kommen! Da muss ich noch fixen! Der eine ist schon direkt unten! Ein Zivilkid bis darüber! Einer pusht links rum! Einer ist links von uns leute! Der eine ist down vor uns! Jetzt links unter uns! Links hinter uns fast! Ich komm da nicht runter! Das ist zu hoch! Nehmt der eine auf? Der ist down! Einer ist down! Also nur noch der hinten links! Ja der ist drin! Der ist drin! Da ist er! Er ist hochgesprungen! Oben bei dir Kapuze! Ne ist weggesprungen! Was für mir? Er ist weiter weggesprungen! Weiter weg! Du ist er! Habe ihn nicht mehr gesehen! Er ist im Baum! Mach! Bei mir! Rechts! Alex war da! Er ist aber down! Er ist low! Einer hält noch! Ja! Yes! Ja! So und jetzt! Konrad! Der Gentleman! Hier Alex! Achtung! Hehehe! Scheiße! Aua! Das war eine superschöne Runde! Da war alles Ball gewesen! DasURG. Da war alles dabei! Ja! Da war es dabei! Das war sowas! Die viele reden von season 5 wieder! Machs郭 bis Ende & ciao! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü"? Untertitelung des ZDF, 2020